Ach hier, ach hier war der Torf kaputt Aber wie kann man sich zurück verwandeln? Ach ok, alles klar man kann nur einmal am Tag das natürlich verwenden Alter wie geil, wir haben sie alle kalt gemacht mit dem Scheiß So, was brauchen wir denn überhaupt? So, ich nehme auf alle Fälle Magier und dann Das andere weiß ich überhaupt noch nicht ob wir da genug weit sind So, dann sollten wir auf alle Fälle unsere Sachen anziehen So, Bekleidung, Helm natürlich So, machen wir erstmal alles an Dann können wir nämlich so und dann können wir nämlich jetzt alles einsammeln Ganz in Ruhe So, was haben wir hier oben? Holzkelle, Brot Brot ist immer wichtig, Knoblauch immer wichtig für Vampire Topf brauchen wir nicht, so was haben wir hier noch? Oh, Zaubertrank, die nehmen wir auf alle Fälle mit Lederstreifen Äh Hier ist nochmal Lederstreifen Also sind alles beschädigte Bücher, die brauchen wir natürlich nicht So, was können wir noch mitnehmen? Hier ist noch ein Sack, da nehmen wir die Tomaten mit Was ist noch drin in den Eimer? Spitzhacke brauchen wir nicht Hä, da ist doch nicht nur Spitzhacke drin Da ist auch noch eine andere drin Ne, doch nur die Spitzhacke So, was haben wir hier? Ein Häschen So, wo habe ich die kalt gemacht? Hier ist noch eine Truhe Ein Schwert, Alter, ist ja alles da Was ist das denn hier? Eine Kartoffel Nehmen wir das hier ohne alles mit So, wo sind die Typen? Ich habe die doch hier kalt gemacht Ach, da liegt der ja Da liegt der Einer So, das nehmen wir alles mit Der andere weiß ich auch nicht, wo der liegt Wo ich den kalt gemacht habe So, dann gehen wir natürlich Oh, hier liegt nur ein Bruder Können wir Den können wir noch Den können wir noch Ich glaube, das ist ja der Hammer Äh Da haben wir so einen Bruder hier Ähm Das Fleisch gemobst Richtig cool Ah, scheiße, wir brauchen noch Ähm Ne Streitköln Und Flammen So Aber ich denke mal nicht, dass wir den brauchen Von daher Jetzt alles leer Klingt da Nix So Was haben wir hier? Met Ein bisschen Fleisch Nehmen wir jetzt alles mit Wir haben sie ja kalt gemacht Da können wir schön in Ruhe Ja Alles uns angucken Ein bisschen Hier können wir die noch ausräumen Ich hoffe, dass es für euch da draußen nicht so Ähm Wie kommt Frau Todes Legende von der Himmelsrand Krass Ähm, dass es nicht so Dunkel für euch ist Also mir kommt es extrem dunkel wo Also schreibt es da einfach mal in den Kommentaren, ob es zu dunkel war Weil dann werde ich das nämlich beim nächsten Mal ein bisschen korrigieren Was ist das? Flöte die nicht mal mit Jagdbogen haben wir selber So Hier ist Ist hier jemand drin Alter das ist mir einfach zu dunkel Ich glaube ich werde erstmal die Gamma noch ein bisschen hoch stellen Einstellungen Anzeige Weil das ist ja extrem dunkel Man sieht ja gar nichts Jetzt sieht man wie es ein bisschen macht Meine Fresse So Oh, hier können wir gleich unsere Skills noch verbessern Nein, ich habe nichts gesagt Alter, willst du mich verarschen? Was denn? Das ist doch nur adept No, Alter wir verballern unser herrnsten Dietrichs Kann man die irgendwo nachkaufen? Alter, willst du mich verarschen? Das kann doch ja nicht so schwer sein im Schloss Alter Geht krass da gleich aus Alter, kann doch nicht sein Boah Na, wie ist denn? Haben wir das verbessert? Was ist denn hier drin überhaupt? Wehrwolf Kann man alles mitnehmen So, wen haben wir hier? Alter ist über... Ah, das ist nur Wiese, ok, alles klar Nein Selbst für Novize scheitern wir Das ist ja der Hammer So, wen haben wir hier drin? Alles leer So, was haben wir hier schönes noch? Pfeile? Sind das Pfeile? Ja, Pfeile nehmen wir mit So, was brauchen wir noch? Was haben wir hier drin? Alter, hier ist noch einer frei Ist ja der Hammer Greift der uns jetzt an, oder? Oder hätte er die getötet? Ja, genau Der greift uns an Ja, klar Wo haben wir nicht speichert? Alter, wenn wir nochmal den jetzt machen müssen Dann rastet die richtig aus Ah ne, ein Glück Ein Glück Hä? Der müsste ja eigentlich zurück verwandeln Verwandelst du dich mal zurück? Na ja, der wollte schon meinen, Alter Oh Mann Das können wir das alles nochmal machen Das kotzt mich ja richtig schon wieder an Nächstes Mal werden wir den aber nicht mehr befreien Also wirklich, also das ist ja Da denkst du hier Da denkst du hier Äh Naja So, den wollen wir mal ein bisschen schneller machen So, wo ist der andere Knaller? Ach, den hatten wir ja nicht Ach, das ist doch scheiße, das ist ja richtig scheiße, Alter Ja Wissen, also wisse ich auch nicht Also wir sind Wir sind selber Werwölfe, wisst du Und dann, äh Werden wir hier kalt gemacht von Werwolf Das verstehe ich nun mal ja nicht, ja? Muss ich ehrlich mal sagen, das ist scheiße Mensch, geh doch mal raus, ey Meine Fresse, so Ja? Und dann werden wir fertig gemacht vom Werwolf Den wir gerettet haben Oder, äh, äh, äh Wir sind ja selber Werwölfe Warum greifen die uns an? Das gibt mir ja keinen Sinn eigentlich, ne? Ne, das verstehe ich nicht Das kann ich wirklich nicht nachvollziehen, also Der sieht doch, dass wir einer von die sind, ey Das ist der Hammer Na gut, sehen tut das nicht, weil wir Nicht mehr verwandelt sind Aber trotzdem, das hat er doch Der hat uns doch hier fighten sehen, Junge Gibt's doch ja nicht Junge, den Scheiß nochmal aufsperren, hier Oh, leck mich doch an eine Rosette, Alter Ohne Witz, ey So Wo war doch hier ne Oh, war doch hier ein Werwolf drinnen, ne? Wir hatten doch Wir hatten doch, ähm, hier Fell genommen Da ist er ja So Hier können wir nichts machen So, diesmal werden wir den aber nicht befreien Wenn nochmal, will ich das nicht erleben Was ist das hier? Kaninzwurzel Ah, jetzt sind die Pfeile auf weg Ah, ist ja komisch Ja Wo ist Kartoffel? Was haben wir hier drin? Wo noch ne Kartoffel? Ach Mensch, ich wollte doch ja nicht den Korb Ich wollte die Kartoffel da So So, du Penner Dich werden wir so kalt machen Das ist doch gut Man kann den nicht mal töten so Kann man den wenigstens mit fight? Das würde mich jetzt mal interessieren Genau So, und da ist ein Fehler im Spiel Weil dit ist unmöglich Guck mal, wenn du Wenn du Du kannst doch voll hier durchschießen Dit verstehe ich überhaupt nicht Dit ist richtig behindert Da haben die Entwickler nicht aufgepasst Dit hätte man auch mit dem Patch, äh Korrigieren können Wollten sie anscheinend nicht Hatten keinen Bock Oder witzig was Hier ist offen Hier ist zu Aber da ist keiner drinnen Eigentlich Ist auch nur Novize Wird noch easy peasy Du Penner, ey So, dann hätten wir alles Dann weiter Den lassen wir jetzt verrecken Da drinnen Das ist mir scheißegal Der hat uns nicht mehr angegriffen Der blöde Penner So Wo mussten wir denn lang? Hier war? Hier war ja nix, ne? Ne Ah, dit ist immer noch so dunkel Was ist denn dit, ey? Warum ist denn dit wirklich so dunkel? Das kann doch ja nicht sein Boah Aber dit schmeiß ich wieder raus Dit kannst du glauben, alter Dit gibt's ja ja nicht So, was haben wir hier? Nix, nix Das hier drauf Ne Möhre Was hier? Wein Wein nehmen wir mit So, dann hatte ich Dann hatte ich doch ein paar Kalt gemacht Hier Genau, da sind sie ja Jo Ach, scheiße, Eisenpfeile Oh, dann haben sie hier Sellerie Schlauch Lauch Oder Schlauch So, hier haben wir noch einen Schön wie die Mod mit dem Blut Das ist richtig cool Ich finde das ist auch ein bisschen realistischer Sonst war der War der Blut ja sofort weg Das war ja total unrealistisch So, was haben wir hier oben? Alter, hier haben sie eine umgenietet Das ist ja der Hammer Das sehe ich jetzt erst Krass Die haben sie einfach kalt gemacht Das ist ja der Hammer So, was haben wir hier? Die haben schon Also krass Die haben schon mehrere Leute umgenietet hier Einfach kalt immer Ist ja der Hammer So Hier ist noch ein Pelz Oh, hier liegt noch jemand So Hier hätten wir Hier können wir jetzt gerne, aber wollen wir ja nicht Ach hier jetzt weiter, aber da unten ist ja auch noch was gewesen Oh, hier ist noch ein Fass Oh, hier ist noch ein Fass So Hier unten war da auch noch was Hier war ich ja nicht drin Ah, wir sind ja auch gleich hochgerannt Genau Wir konnten ja sowieso nicht Ach Mensch Schon wieder eine gesammelt? So der Hammer Was haben sie denn hier gemacht? Alter, hier ist eine Schatztruhe Meister Alter, nee, das werde ich wohl nicht schaffen, oder? Das werde ich wohl nicht schaffen, glaube ich Alter, nee Huuu Alter, nee Scheiße Alter Alter, was ist denn los? Kriegste Da kriegste echt die Krise Wie hat er das denn nicht geschafft? Nee Das lass ich auch Da ist bestimmt wieder nur Rotze drin, so wie bei So wie letztes Mal Hundertprozentig Da ist bestimmt nur Rotze drin Nee, das lass ich lieber Ich möchte jetzt nicht alle Dietriche versauen Wegen der Kacke Nee, lass mal So, nehmen wir weiter Ein bisschen Zeit haben wir noch Vielleicht schaffen wir hier noch durch zu run So Was haben sie hier? Zink hier, sonst hatten sie nichts, oder? Doch, nee So, hier habe ich doch auch ein paar Kalt gemacht Da ist er ja Da ist einer davon Vampirstaub Was ist hier? Hier ist eine Holztur, die kennen wir vielleicht Alter Alter Das ist doch der Hammer Ich habe doch hier schon gemacht Das kann doch ja nicht sein, das habe ich doch schon da gemacht Meine Fresse Das gibt es doch ja nicht Das gibt es nicht, das gibt es einfach nicht Das war hier ein bisschen so Alter Mit dem vorletzten Okay, ich hoffe, dass es dir lohnt hat hier Schlafplatz, okay Na doll war ja nicht Ah, das war richtig scheiße So viele Kann man da aufmachen? Ach, hier ist überall die Kleidung drin Also, weiß ich nicht Also, dafür Dafür hat sich echt nicht gelohnt So Ja, dann weiter geht's Haben wir noch ein bisschen vor uns So, hier hatten wir Genau, hier hatten wir den eh Kalt gemacht, aber hier ist Nichts Na, alles wollte ich eigentlich nicht mitnehmen Aber egal Das andere verkaufen wir wieder Und das andere schmeißen wir raus Hatte ich den? Ne, den hatte ich nicht kalt gemacht So, jetzt müssen wir erstmal gucken Hä? Warte, ach der ist schon verdorrt Der ist schon nur noch ein Skelett Das ist ja der Hammer Das ist bloß noch der Skelett übrig Von denen hier auch? Ne, doch nicht Der war doch nicht So Sind der mit Falkenfedern Also wirklich So, wen haben wir noch? Hier haben wir noch Jemanden Nein, doch nicht alles Ach, da ist die ja Die hat uns nicht mal geholfen Die blöde alte Zigeri So, wir müssen auf alle Fälle irgendwas wegschmeißen Das bringt uns ja überhaupt nichts So, das kann weg Fallen lassen Ja, X Handschuhe Waffen Waffen müssen wir weg Ähm Den nehmen wir mit Den schmeißen wir weg Ja Die Bastarde Sag ich doch das des Falkers Ach ne, die haben den getötet Ach du Scheiße Ja, das stimmt, da hast du recht Ja Verschwindet von hier Ich werde sicherstellen, dass wir alle erwischt haben Vielleicht finde ich ja Informationen bei einer der Leichen Wir beide haben Arbeit vor uns Die silberne Hand wird vor uns erzittern Passt auf, dass ihr nichts anzündet Habt ihr? Ich zeige euch, was ich weiß Ja, aber wir können ja Wir können ja nicht tauschen mit ihr Ich hoffe, dass die Jagd gut läuft, Bruder Ja, das hätte er nicht machen sollen Der hätte nicht Ach man, Scheiße Ja, ja Ja Ich warte, ihr hört das Ähm Oh, die Stiefel können wir auf alle Fälle benutzen Die nehmen wir mit Die Wolfsrüstung eher nicht So Kleidung Wo sind sie denn? Was sind denn die scheiß Schuhe? Hier Wolfsstiefel, genau Vielleicht können wir mal zusammen auf die Jagd gehen Ja, das auf alle Fälle Das werden wir machen Das können wir natürlich auch machen Ist kein Problem Weil wir müssen nämlich Auch noch auf alle Fälle mit ihr unterrichten Also für die Schießkunst und so Das müssen wir auf alle Fälle machen Ähm Aber das können wir erst machen Oh, den haben sie denn hier durch Oh, ey Also war er ja kein Verräter, sondern Ähm Die haben ihn gefangen genommen Ist ja natürlich krass Ne? Also da muss man schon mal Was haben wir hier noch? Schrank durchsuchen Holzschwert Was willst du mit einem Holzschwert? Hier irgendwas die brauchen? Ne, sonst ängste ich ihn nicht Ja und auf alle Fälle Werden wir Werden wir uns hier verabschieden Wir werden wir davon Stört ihr, wie euer Blut kocht Ja, klar Mein Blut kocht so dermaßen Ähm Die haben ihn getötet Einer der stärksten der Gefährten Und das ist schon krass Ich hoffe, dass wir irgendwie alle erwischt haben Und dass sie uns nicht folgen Damit wir noch ein böseter Wachen erleben Ähm, von daher Ähm, nächste Folge müsste auf alle Fälle wieder Binsi dabei sein Ich hoffe, dass er dabei ist Oder aus dem Urlaub zurück ist Und dann wird er die nächsten zwei Folgen übernehmen Somit seid erstmal von mir Ähm, wir sehen uns beim nächsten Mal Ich bin raus Und ciao